Hi zusammen, ich bin der Johannes, ich bin von Digitec Galaxus und ich würde euch heute gerne ein neues Produkt von uns vorstellen. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir die meisten Produkte, die wir verkaufen, über Markenhersteller eingekauft. Wir haben Lieferantenbeziehungen zu den meisten großen Marken in den Bereichen, in denen wir arbeiten. Manchmal gehen wir einen Schritt weiter an und entwickeln selber Produkte. Und deswegen möchte ich euch heute ein Produkt vorstellen, das wir entwickelt haben. Wir haben viel nachgedacht, uns die Köpfe zusammengesteckt, was könnten wir machen, was wäre spannend, was wäre innovativ und sind am Ende auf eine relativ simple Idee gekommen. Viele von uns wollten, bevor sie zur Digitec Galaxus gekommen sind, mal Rockstars werden. Dazu hat es offensichtlich bei allen von uns nicht gereicht. Aber so ein bisschen an diese Zeit sich zurückerinnernd, haben wir überlegt, was können wir jetzt machen. Wir sind auf folgende Idee gekommen. Wir bauen die beste Luftgitarre, die die Welt je gesehen hat. Die nächste Frage war natürlich so ein bisschen, wo kriegen wir die besten Inhaltsstoffe her, die beste Luft. Auf irgendeinem Berg? Schwierig. Da haben wir dann, da fehlt der Rock. In Basel? Auch nicht ideal. Zu Heavy Metal. Wir sind am Ende auf Zürich gekommen. Wir haben da aus allen Abteilungen die Experten rangezogen. Wir haben im Kundendienst und in unseren Shops, da haben wir die Kollegen, die wissen ganz genau, was unsere Kunden wollen. Die haben uns bei der Spezifikation ein ganzes Stück weit unterstützt. Im zweiten Schritt haben wir unsere besten Entwickler an das Thema Produktentwicklung gesetzt. Wir haben hier in Zürich ein Team von 45 Entwicklern. Wir haben da die besten rausgepickt und an das Thema herangesetzt. Als dann das Produkt einmal definiert war, haben wir unsere Logistiker mit ins Boot geholt. Die Logistiker wissen relativ genau, wie ein Produkt verpackt sein muss, wie die Verpackung gepolstert werden muss, damit sie vom Kunden heil ankommt. Das war im Prinzip das Team-Setup, das wir benutzt haben, um das Produkt zu designen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Luftgitarre mit dem besten Klang, den man sich vorstellen kann. Ich habe das Produkt hier vor mir. Ich mache es gerade mal vor. Gut, oder? Ich hoffe, dass euch das Produkt gefällt, dass es zahlreichen Anklang findet. Ich freue mich natürlich immer auf euer Feedback. Wie gesagt, wir haben uns bei der Entwicklung recht viel Mühe gegeben, sind gespannt, wie es ankommt. Viel Spaß damit.